So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Sanctuary, dem zweiten Außenposten und halt alles, was auf der Map so markiert ist. Ich habe natürlich jetzt hier den am weitesten entfernten Punkt geholt und ich versuche euch halt wirklich alle Aufgaben hochzuladen. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, schreibt es in die Kommentare oder aber ihr könnt auch gerne im Livestream vorbeischauen und da eure Frage stellen. Ihr werdet mit Sicherheit eine Antwort bekommen, wie zum Beispiel mit dem Sprinten, da sehe ich schon, da sind einige mit Problemen, aber das werden wir schon alles gemeinsam hinkriegen. Wir müssen jetzt erstmal auf jeden Fall hier hinten hinfliegen, mal gucken wie viele hier mit uns mitkommen und das Problem ist, man weiß nicht wo überall Bots sind. Aber Bots sind eigentlich easy zu besiegen in meinen Augen, sie sind auf jeden Fall mal genervt worden im Gegensatz zur letzten Season, weil da waren sie ja wirklich ein bisschen OP würde ich sagen, teilweise. So, mal gucken, ob es reicht, wenn ich hier lande, noch nicht. Ihr seht wieder die Sprachblasen auf der Minimap, achtet mal auf die Minimap. Hier ist eins und da hinten ist eins. Wir gehen aber zu dem hier. Zack. Und so haben wir schon... Ihr hört es. Ihr habt es gehört. So, ihr habt gehört, was wir als nächstes machen müssen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal noch ein Save. Der geht natürlich wieder alleine nicht zu öffnen, man kennt... Ah, wahrscheinlich wieder nur durch irgendeine Special-Karte von irgendeinem Boss oder keine Ahnung was. Wir werden hier Safe-Besuch kriegen. Ich sage aber erstmal, danke fürs Zuschauen. Ihr habt es gesehen, ihr müsst einfach nur zu diesen, ich sage jetzt mal, Mikrofondarsteller hingehen. Die geben euch die nächste Aufgabe. Wir setzen uns natürlich gemeinsam gleich dran und machen diese auch. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn du irgendwie Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare. Wenn du noch kein Like dagelassen hast, gerne ein Like. Abo natürlich auch gerne gesehen. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.